Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und dann stellen Sie sich am besten mal vor. Ja, vielen Dank für die Einladung zuerst. Mein Name ist Susanne Hochreiter und ich bin Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an der Universität Wien. Vielleicht können Sie kurz mal den Acker gleich vorstellen. Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen an der Uni Wien umfasst 75 Personen. Das sind 25 Hauptmitglieder und 50 Ersatzmitglieder aus allen Ebenen der Universität. Also da sind ProfessorInnen genauso dabei wie StudentInnen, Kolleginnen des allgemeinen Personals. Der Arbeitskreis hat Kontrollaufgaben, Informations- und Beratungsaufgaben und die Kontrolle bezieht sich vor allem auf alle Personalangelegenheiten. Also jede Stelle, die an der Universität Wien ausgeschrieben und besetzt wird, wird vom Arbeitskreis begleitet. Und da geht es darum zu schauen, dass niemand aufgrund von, inzwischen sind es mehrere Diskriminierungskategorien, diskriminiert wird. Und das ist das, was der Arbeitskreis im Wesentlichen tut. Wir begleiten verschiedene Verfahren, aber auch Berufungsverfahren, Habilitationsverfahren auch. Und wir sind da für alle Personen an der Uni Wien, die diskriminiert werden aufgrund einer der genannten Kategorien. Können Sie uns einen Überblick zur Universität Wien geben in Bezug auf Diversität? Das ist eine wichtige Frage, aber keine leicht zu beantwortende Frage, weil wir nicht systematisch erheben können oder erheben dürfen, wer welcher Herkunft ist. In Bezug auf Geschlecht wird erhoben, aber in Bezug auf andere Diskriminierungskategorien wird nicht systematisch erhoben. Das heißt, ich kann Ihnen zwar sagen, dass wir einen so und so hohen Anteil von internationalen Studierenden zum Beispiel haben, aber ich kann Ihnen nicht im Detail sagen, wo jetzt jemand herkommt. Das sind noch Zahlen, die mir jetzt in meiner Funktion so nicht zur Verfügung stehen. Weil der Fokus ja vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen vor allem auf Geschlechtergerechtigkeit liegt, wie können andere Bedürfnisse von zum Beispiel Studierenden oder Lehrenden, die Rassismus erfahren, mitgedacht werden? Die sind in der Satzung schon mitgedacht, als es eine Antidiskriminierungsrichtlinie gibt, die durch eine EU-Richtlinie eingefordert worden ist. Das heißt, zu Recht und auch wichtigerweise haben wir seit 2000 diese Richtlinie und das ist auch ein Teil des Frauenförderungs- und Gleichstellungsplans. Also Diskriminierung ist verboten. Das heißt, wir haben hier eine Grundlage und zugleich ist es aber so, dass wir oft den Eindruck haben, wir sind noch nicht dort, wo diese Fragen auch im Berufungsverfahren schlagend werden. Es kommen KollegInnen zu uns, die sich beschweren über rassistische Diskriminierung, die sie erfahren. Das sind sehr viele Studierende. Es waren vereinzelt bislang Lehrende. Und natürlich intervenieren wir da. Und da gibt es dann ein Gespräch zum Beispiel mit der Studienprogrammleitung. Da geht es von der Formulierung über konkrete rassistische Beleidigungen. Und was wir im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen machen, Wir nehmen das auch selbstkritisch sehr ernst, weil wir irgendwann den Eindruck hatten, wir haben da selber sehr viel zu lernen und haben verschiedentlich uns jetzt Expertise geholt und versuchen auch innerhalb des Arbeitskreises hier eine kritische Debatte zu beginnen, um uns selber aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Wenn zum Beispiel eine Beschwerde kommt, wie ist da der konkrete Umgang damit? Was hat da bisher funktioniert? Und wo gibt es da auch Verbesserungspotenzial? Also wir laden alle KollegInnen, die sich beschweren, meistens per E-Mail, einfach mal auch zu einem persönlichen Gespräch ein, um darstellen zu können, was sie erfahren haben. Der Arbeitskreis ist weisungsungebunden. Wir sind ein unabhängiges Organ und die Personen, die zu uns kommen und die wir beraten, die beraten wir anonym. Niemand ist gezwungen, irgendetwas über dieses Gespräch hinaus zu machen. Wir schlagen dann vor, welche Schritte uns möglich schienen, fragen auch die betroffenen Personen, was ist es, was sie sich jetzt wünschen in der Situation, was soll sich ändern? Es ist manchmal so, dass Menschen, die diskriminieren, manchmal gar nicht verstehen, dass sie diskriminieren. Also wir brauchen hier mehr Wissen und Sensibilität auch dafür, was heißt es denn, wenn ich diskriminiere. So wie manche gar nicht einordnen können, dass sie auch gerade diskriminiert werden oder das gar nicht trauen, sich ernst zu nehmen. Also in beiden Fällen versuchen wir einfach auch mal zu informieren und klarzustellen, was ist auch ein rechtlicher Begriff von Diskriminierung. Könnten Sie vielleicht etwas näher darauf eingehen, wie es ausschaut mit den rechtlichen Rahmenbedingungen? Einerseits natürlich haben Sie schon das Beispiel genannt, wenn es um Erhebungen geht, aber auch wenn etwas gemeldet wird, inwiefern man da auch rechtlich etwas tun kann. Ich wünsche mir, dass die Mittel, die wir haben, besser umgesetzt werden. Also dass diese Antidiskriminierungsrichtlinie wirklich ein gutes Fundament bekommt und das vielleicht im Moment nicht so sehr neue gesetzliche Regelungen braucht, als viel mehr Aufmerksamkeit auf unsere Schifflagen. Was ich mir wünsche an der Universität Wien, ist, dass es auch diesbezüglich mehr Personalentwicklungsangebote gibt, die auch verbindlicher sein könnten, weil da, wo Personen agieren, die diese Themen am Schirm haben, die etwas darüber wissen, die treffen auch andere Entscheidungen und sind auch im Stand, etwas zu verändern. Dass solche Dinge umgesetzt werden, das ist oft sehr langwierig oder kann langwierig sein. Warum ist das so? Einerseits gibt es, glaube ich, gesellschaftliche Realitäten. Und in Österreich ist das nicht nur ein sehr konservatives Land, sondern auch ein rassistisches Land. Und ich sehe zu wenig politischen Willen, die Entschlossenheit, auch Forderungen, wie es zum Beispiel an Black Voices, Volksbegehren formuliert worden sind, umzusetzen. Wir können uns aber als Universität da nicht ausreden. Wir sind eine ganz wichtige Institution, die aus meiner Sicht auch Vorbildfunktion hat. Und ich denke, dass gerade die Universitäten eine besondere Verantwortung und Aufgabe haben, hier auch ein Stück weiter zu sein. Es ist so, dass es, glaube ich, zugleich aber manche Universitätskulturen sind. Und es sind Fächerkulturen auch zum Teil sehr unterschiedlich. Und manche vielleicht konservativere Auffassungen von Wissenschaftlichkeit, die immer noch behaupten, die Wissenschaft kennt sozusagen keine Hautfarbe und kennt kein Geschlechter. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, auch im Sinne der Wissenschaft und im Sinne natürlich eines gleichberechtigten Miteinander, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die tatsächlich anerkennend und wertschätzend sind und die inklusive, diverse Räume zu schaffen im Stand sind. Wie schaut das aus oder wie zeigt sich Diversität in Fächertraditionen? Wenn man da genau in die Fächer reinschaut, wird das Bild auch ein bisschen vielschichtiger. Wir haben Fächer, wo zum Beispiel Englisch als Alltagssprache im Beruf verwendet wird. Das hilft, wenn wir sagen, wir haben eine gemeinsame Sprache, egal aus welchem Land ich jetzt komme. Aber ich habe den Eindruck grundsätzlich, dass wir immer noch eine sehr starke Orientierung an Zahlen und Exzellenzwerten haben, also auch an Rankings, das spielt für die Universitäten und ihre Finanzierung eine große Rolle. Es ist hochkompetitiv, es ist wahnsinniger Druck, es ist sehr schnell geworden und ich finde manches daran problematisch. Auch die Frage von, welche Menschen können da mit, wer ist da eingeladen, wer wird da ausgeschlossen? Und inwiefern würden Sie sagen, dass Diversifizierung auch im Zusammenhang steht mit dem Universitätsstandort? Also wenn wir als Universität wie einer zentraleuropäischen Stadt den Anspruch haben, sozusagen auch gewissermaßen eine Mitte zu repräsentieren, dann wünsche ich mir Personen nicht nur aus dem globalen Norden, sondern wo sind denn die KollegInnen aus Tschechien, aus Polen, aus der Ukraine? Wo sind die ExpertInnen aus Mazedonien? Geschweige denn, dass wir den globalen Süden angemessen repräsentiert haben. Ich glaube, dass die Universität hier proaktiv mehr machen könnte und sollte. Die Frage ist, wie man eine kritische Unterscheidung machen kann, eben zwischen Exzellenzförderung, die eben Diversität mit dem Leistungsparadigma verbindet, und aber genauso die Diversifizierung, die die Gesellschaft widerspiegelt. Wie kann man das kritisch unterscheiden? Natürlich soll Wissenschaft nicht nur seriös und redlich produzieren, sondern auch ihre Aufgaben erfüllen, indem sie sozusagen beste Qualität lieferte. Andererseits, was heißt dann beste Qualität? Was ich in Österreich beobachte, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist, dass wir ein Schulsystem haben, das viel zu stark, viel zu früh segregiert, und dass wir hier soziale Ungleichheit reproduzieren ohne Ende, anstatt auszugleichen. Im Grunde genommen ist die Uni der Bildungsort, wo wir sozusagen das Ergebnis von einer Schulbildungskarriere haben. Und das ist ein Problem. Und die Förderangebote, die es gibt dann für Studierende, die sollten aus meiner Sicht eben ausgebaut werden. Und dann können wir darüber reden, was sozusagen Exzellenz und Diversität ist. Also ich glaube, dass diese beiden Begriffe einander nicht ausschließen dürfen. Und solange sie das tun, haben wir ein Problem. Ich glaube, dass gute, wirksame Forschung dort entsteht, wo wir diverse Teams haben, und wo Menschen mit unterschiedlicher Lebenserfahrung und unterschiedlichem Wissen sich einbringen können, schon in die Art und Weise, welche Fragen wir überhaupt stellen. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank Ihnen. Danke für die Einladung und danke für diese wichtigen Fragen.